Welchem Hobby gehen Sie in Ihrer Freizeit nach? Entspannen Sie gern beim Angeln? Haben Sie Spaß am Tauchen? Golfen Sie für Ihr Leben gern? Oder reiten Sie? Sind Sie Sportschütze? Oder werden Sie immer besser beim Fotografieren? Spielen Sie ein Instrument? Bei all diesen Hobbys sind Sie mit teuren Ausrüstungsgegenständen unterwegs. Egal welchem dieser Hobbys Sie nachgehen, eines ist ganz klar. Ihrer Ausrüstung kann viel passieren. Deshalb braucht Sie den besonderen Schutz der Vermögenssicherungspolize der Generali. Was wäre beispielsweise, wenn Ihre Kamera runterfiele? Ihre Golftasche aus dem Clubraum gestohlen würde? Oder Ihr Sattel bei einem Reitunfall zu Schaden käme? Vor diesen und anderen Gefahren schützt Sie unser Komplettpaket, die Vermögenssicherungspolizee. Die Vermögenssicherungspolizee bietet Ihnen mehrere Optionen zum Schutz Ihrer Sachen. Im Rahmen der Hausratversicherung ist Ihre Hobbyausrüstung standardmäßig und ohne Aufpreis gegen die dort üblichen Gefahren, wie zum Beispiel Einbruchdiebstahl und Feuer, in unbegrenzter Höhe versichert. Ganz gleich, wie teuer die Sachen sind. Gleicher Schutz, gleicher Preis. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, mit unserem Baustein Freizeit Plus auf einen XXL-Schutz zu erweitern. Sonstige Zerstörung oder Beschädigung sind dann je nach Bedarf mit bis zu 4000 Euro versichert. Wenn Sie diesen XXL-Schutz auch für Ihren gesamten Hausrat möchten, wählen Sie den Baustein Hausrat Optimal XXL. Die Leistungen von Freizeit Plus sind hier bereits in unbegrenzter Höhe enthalten, sogar außerhalb der Wohnung bis zu 20.000 Euro. Informieren Sie sich jetzt bei Ihrem Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung. Generali. Aus Versicherung wird Verbesserung.